Horoskop für heute, Jungfrau, 29. August 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Sie betrachten Ihr Leben in diesen Tagen auf andere Weise, da Merkur bis morgen rückläufig ist und Ihre Sonne derzeit beeinflusst wird. Dennoch ist es wahrscheinlich nicht mehr lange eine kluge Strategie, Dinge voranzutreiben. Die heutigen Transite inspirieren Sie dennoch und Sie könnten in der Stimmung für etwas anderes sein. Es kann eine Zeit plötzlicher oder ungewöhnlicher Anziehungskraft, Erfahrungen und guten Willens sein. Einflüsse ermutigen dazu, sich mit Ideen zu verbinden, die Sie inspirieren oder andere Freuden und Freizeitbeschäftigungen zu erleben. Die Menschen fühlen sich diese Woche von ihrer Originalität angezogen, insbesondere von ihrer Intelligenz, ihren Gedanken und Überzeugungen. Es ist eine Zeit zum Improvisieren und Genießen, zum Lassen der Dinge und zum Entspannen in einer Angelegenheit, die Sie geärgert hat. Sie experimentieren und genießen den Prozess. Es ergeben sich Gelegenheiten, aus ihrer Routine auszubrechen oder dafür, dieser Hauch frischer Luft ist sehr willkommen. Gleichzeitig können Sie motiviert sein, ein Ziel zu erreichen oder eine Pflicht zu erfüllen. Ein wunderbarer Tag steht Ihnen bevor. Die kosmische Wellenlänge des heutigen Tages wird wie das Hören einer Symphonie aus den Sternen sein. Die wohlwollende Venus, der Planet der Anmut und des Vergnügens, kreist in ihrem Solarhaus der Identität, ihrem Sternzeichen, und steht in einem Treigen mit dem revolutionären Uranus in ihrem Solarhaus der Expansion. Es könnte sich eine Gelegenheit ergeben, ganz plötzlich mit ihrem einzigen in neue Horizonte aufzubrechen. Suchen Sie nach Reisepaketen, Flügen und Hotelbuchungen. Etwas Wunderbares könnte auftauchen. Wenn Sie Single sind, wird diese Schwingung Sie stattdessen dazu ermutigen, Risiken einzugehen und neue Menschen außerhalb Ihres normalen Typs kennenzulernen. Begeben Sie sich auf den beruflichen Weg, der sich für Sie als Berufstätiger richtig anfühlt. Denken Sie darüber nach, wie Sie sich selbst als Berufstätigen sehen. Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass Ihre Erfahrungen, Reisen, Lehrer und mehr Sie zu dem Menschen gemacht haben, der Sie heute sind. Sie müssen den beruflichen Weg einschlagen, der mit Ihrer Authentizität und Identität übereinstimmt, da Venus in Ihrem Zeichen heute ein Treigen zu Uranus im Stier bildet. Vielleicht nehmen Sie am Ende einen weniger befahrenen Weg. Dieser Weg könnte jedoch genau das Richtige für Sie sein, da er zu einer erfüllenden Karriere führt. Gönnen Sie sich heute viel Freiraum. Ihr Bedürfnis nach Unabhängigkeit ist hoch, ebenso wie Ihr Bedürfnis, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Sie machen sich vielleicht Sorgen darüber, was andere über Ihr Verhalten denken, aber in Wahrheit haben Sie sich über Ihr eigenes Verhalten Sorgen zu machen. Handeln Sie heute für Ihre Gesundheit so, bekommen Sie Freiraum, Ihre Konzentration und das Gefühl, Fortschritte zu machen. Denken Sie daran, kein Schritt ist zu klein. Entscheiden Sie sich für eine Auswahl bei Ihrer Ernährung. Bio ist es wert. Die heutigen Schwingungen sind anstrengend und langsam und werden dafür sorgen, dass Sie heute ungleichmäßig vorankommen. Sie werden den Eindruck haben, sich zu schleppen und nicht in der Lage zu sein, zu handeln oder sich schlecht zu verhalten. Dies ist also der Moment, um Ihren Kopf frei zu bekommen und die Angelegenheiten auf Ihrem Schreibtisch in Ordnung zu bringen. Dann können Sie über andere Dinge nachdenken und ein neues Tempo in Schwung bringen. Warum nicht ein neues Projekt beginnen? Wenn der Mond in Ihrem Karriere-Sektor steht, ist das nicht nur eine Gelegenheit, die neue Arbeitswoche mit scharfem beruflichen Instinkt zu beginnen, sondern sorgt auch dafür, dass Sie emotional und intuitiv engagiert sind, während Sie eine entscheidende Woche in Bezug auf Einkommen, Arbeit und Karriere meistern. Diese Woche könnte der Höhepunkt von allem sein, was bisher passiert ist, und wird die Bühne für zukünftige Entwicklungen bereiten. Gleichzeitig haben sich Venus und Uranus ausgerichtet, um Verspieltheit, Kreativität und Abenteuer in Ihrem Leben zu betonen. Mit der richtigen Balance können Sie an allen Fronten hervorragende Leistungen erbringen. Während der Zwergplanet Ceres seinen ersten vollen Tag in direkter Bewegung in ihrem romantischen Sektor verbringt, hat er nicht nur die Unterstützung von Venus, dem Planeten der Liebe, in seinen letzten Tagen in der Jungfrau, sondern auch von der Sonne. In den ersten Tagen Ihres Geburtstagsmonats und mit Pluto, der nur noch sechs Tage von seiner Rückläufigkeit in ihren romantischen Sektor entfernt ist, besteht die Chance, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken, ohne die Türen zur Vergangenheit schließen zu müssen. Täglicher Planetenüberblick Wie durch Zauberei fühlen Sie sich möglicherweise zu neuen Erfahrungen und Entdeckungen hingezogen. Dies könnte der Beginn eines aufregenden neuen Projekts sein, das Streben nach Wissen in einem Bereich, der Sie fasziniert, oder einfach nur der Wunsch, etwas anderes zu erkunden. Bleiben Sie heute wachsam und offen für Gespräche mit anderen, denn Sie wissen nie, welche Verbindungen Sie knüpfen könnten. Manchmal können Menschen, die Sie treffen, oder Dinge, die Sie hören, unerwartete Teile des Busses liefern, an dem Sie gerade arbeiten, und Ihnen helfen, das Gesamtbild zu sehen. Hatten Sie schon einmal ein zufälliges Gespräch, das eine neue Idee auslöste oder Sie zu einer Lösung führte, von der Sie nicht einmal wussten, dass Sie danach suchten? Das ist die Art von Energie, die Sie gerade umgibt. In Ihrer Freizeit werden Sie feststellen, dass die Aktivitäten, denen Sie nachgehen, Ihnen enorme Freude und Zufriedenheit bringen. Ob Sie Zeit mit Ihren Lieben verbringen, einem Hobby nachgehen oder einfach einen Moment der Ruhe genießen, diese Erfahrungen werden sowohl angenehm als auch lohnend sein. Sie haben heute die einzigartige Fähigkeit, diejenigen, die Ihnen wichtig sind, zu beruhigen, und Sie werden Ihnen im Gegenzug Ihre Wertschätzung zeigen. Ihre Beziehungen, insbesondere die Intimsten, werden sich vertiefen und gedeihen. Dies ist eine großartige Zeit, um die Verbindungen zu pflegen, die Ihnen am meisten bedeuten. Haben Sie das Bedürfnis verspürt, mehr Zeit mit jemand Besonderem zu verbringen? Heute bietet sich die perfekte Gelegenheit dazu, und Ihre Bemühungen werden mit Wärme und Dankbarkeit aufgenommen. Die Zusammenarbeit mit anderen wird Ihnen heute mühelos vorkommen, besonders mit den Frauen in Ihrem Leben. Zusammenarbeit kommt von selbst und Sie werden feststellen, dass Sie sich darauf konzentrieren, die Menschen um Sie herum zu ermutigen und zu unterstützen. Ihre Energie ist erhebend und die Menschen fühlen sich von ihrer positiven und fürsorglichen Art angezogen. Doch so sehr Sie anderen auch helfen möchten, denken Sie daran, Ihre eigene Energie zu schützen. Es ist wunderbar, großzügig mit Ihrer Zeit und Unterstützung umzugehen, aber achten Sie darauf, nicht zu viel zu übernehmen oder dabei Ihre eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Ausgewogenheit ist der Schlüssel und indem Sie sicherstellen, dass Sie auf sich selbst aufpassen, sind Sie in einer besseren Position, um weiterhin den Menschen um Sie herum zu helfen. Waren Sie schon einmal so damit beschäftigt, anderen zu helfen, dass Sie vergessen haben, auf sich selbst zu hören? Wenn ja, ist der heutige Tag eine sanfte Erinnerung daran, sich selbst die gleiche Fürsorge zukommen zu lassen, die Sie anderen zukommen lassen. Gesellschaftliche Zusammenkünfte oder zwanglose Treffen werden heute besonders angenehm sein. Die Energie um Sie herum ist leicht und alle Ihre Interaktionen werden wahrscheinlich von Wärme und guter Stimmung geprägt sein. Es ist die perfekte Atmosphäre, um neue Freunde zu finden oder sogar alte Freundschaften wieder aufleben zu lassen. Egal, ob Sie an einer Veranstaltung teilnehmen oder einfach nur mit Freunden abhängen, die entspannte und freundliche Atmosphäre wird allen ein gutes Gefühl geben. Waren Sie schon einmal auf einer gesellschaftlichen Veranstaltung und haben sich danach aufgrund der tollen Kontakte, die Sie geknüpft haben, völlig neu aufgeladen gefühlt? Der heutige Tag bietet dieses Potenzial. In finanzieller Hinsicht ist es an der Zeit, Ihre Entscheidungsfreude auszunutzen. Wenn Sie über ein neues Finanzprojekt oder eine neue Investition nachgedacht haben, ist heute ein guter Tag, um etwas zu unternehmen. Egal, ob es sich um etwas handelt, das Sie schon seit einiger Zeit planen, um einen spontanen Kauf oder eine langfristige Investition, Sie sind in einer guten Position, um fundierte Finanzentscheidungen zu treffen.